Sunny Heat – das Wohlfühlwärmekonzept für Ihr Zuhause. Mit Ihrer angenehmen Strahlungswärme sorgen Sunny Heat Infrarotheizungen für ein behagliches Raumklima. Wählen Sie aus zahlreichen Designmöglichkeiten, um die passende Infrarotheizung für Ihre Räume zu finden. Sunny Heat Infrarotheizungen besitzen ein integriertes Regelsystem, das selbstständig die Leistung der Heizung an Ihre Räume anpasst. Es wird nur so viel Energie eingesetzt, wie der Raum zum Aufheizen benötigt. Mit Sunny Heat haben Sie jederzeit Einfluss auf das Heizverhalten Ihrer Heizung und können auch den Energieverbrauch einfach verfolgen. Das Regelsystem und das Funkthermostat sind bereits bei Ihrer Infrarotheizung dabei. Optional können Sie Ihr Sunny Heat System noch um verschiedene Komponenten wie den Präsenzmelder oder den Funkfensterkontakt erweitern. So wird Ihr Heizsystem zu einem effizienten Energiekonzept. Sunny Heat wird komplett in Deutschland in den Werken von Crea Systems entwickelt und gefertigt. Unsere Infrarotheizungen werden von unabhängigen Instituten auf Betriebssicherheit geprüft. Zusätzlich wird bei jeder Heizung noch einmal eine eingehende Qualitätskontrolle durchgeführt. Mit Sunny Heat haben Sie ein intelligentes Heizsystem, das in Ihrem Zuhause eine angenehme Wohlfühlatmosphäre schafft. Sunny Heat – Energiebewusst, Intelligent, Zukunftssicher. Sunny Heat – Energie, 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 Verkehr, Verkehr, Verkehr und Integrationskontrolle. Vielen Dank.